Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Den Pass spielt er gut. Jönschke, klasse aufgepasst vom Torwart. Und jetzt ein Schuss. Macht er ihn. Ja, er macht ihn. Sie gleichen hier aus. Ein wichtiges Zeichen. Aber das reicht heute nicht. Das wissen Sie natürlich ganz genau. Sie müssen die Partie hier gewinnen. Irgendwann, irgendwann musste ja dann einer reingehen. Sie investieren hier mehr und kommen so zu guten Abschlüssen. Da muss jetzt auf der Gegenseite eine Reaktion folgen.